Ein herzliches Willkommen wünschten die Mitglieder des ersten PKV Anarode als Gastgeber der Einzellandesmeisterschaften im Platzbandkegeln am 2. September. Für ein schönes Bild waren sozusagen die Sonntagskegel samt Kugel aufgebaut und auch die Pokale waren schon zu sehen, um die es an diesem Tag ging. Es sollte eine wahre Marathonveranstaltung werden, hatte man sich doch besondere Gäste eingeladen, aber dazu später mehr. Etwas Unruhe in die Abläufe brachte der Umstand, dass der Präsident der Platzbahnkegler, Falco Kühnemund, auf dem Rückweg von einer Sitzung des Landessportbundes im Stau stand und nicht rechtzeitig zur Eröffnung da sein konnte. Diesen Part übernahm das Vorstandsmitglied des Verbandes der Platzbahnkegler, Frank Petermann. Dann gab es die notwendigen Formalitäten, so wurden die mitgebrachten Kugeln auf ihre Wettkampfkonformität untersucht und die Startreihenfolge der 20 besten Platzbahnkegler für diese Einzelmeisterschaften wurde ausgelost. Aber bekam Falco Kühnemund einen hinteren Startplatz zugewiesen, in der Hoffnung, dass er rechtzeitig das Spielfeld erreichen würde, was dann auch geschah. Wie erwähnt, maßen sich die 20 besten Platzbahnkegler der vergangenen Saison in zwei Durchgängen. Der erste wurde, wie gesehen, ausgelost. Im zweiten würde dann der Werfer mit der niedrigsten Punktzahl beginnen und aufsteigend dann bis zum letzten durchgekegelt werden. Bei Punktgleichstand gebe es entsprechend ein Stechen. Inzwischen war Lukas Herrling von Ziegelrode 1 zu sehen, der den Wettkampf mit sehr guten 47 Holz eröffnete. Und auch das nachfolgende Resultat von Ronny Müller aus Kreisfeld konnte sich sehen lassen. Immerhin 45 Holz. Das beste Resultat in diesem ersten Durchgang erzielte Sebastian Heilek vom ersten PKV Siebigerode mit sage und schreibe 50 Holz. Das zweitbeste Resultat erzielte mit 49 Holz Pascal Oelzel von der SG Hergesdorf-Aalsdorf. Richtig schlecht lief es für den Titelverteidiger aus Anna Rohde, Benjamin Heilek. Er erreichte nur 37 Holz und landete weit hinten in der Tabelle, ohne die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Richtig gut lief es im vergangenen Jahr auch für den Siebigeröder Falko Kühnemund, der Präsident des Verbandes der Platzbahn Kegler. Aber vielleicht auch nach dem erwähnten Anreisestress wollte es heute überhaupt nicht klappen. Und mit 35 Holz war sein Ergebnis sogar noch schlechter. Keine Chance auf einen Spitzenplatz. Und so absolvierten alle 20 Starter ihre erste Runde. Die Zeit zwischen den Durchgängen nutzte Falko Kühnemund zunächst, um die Schnittbesten, also die, die in der vergangenen Saison pro Spiel die meisten Punkte erzielten, zu ehren. Platz 6, Andreas Nedug, 82, 41. Platz 5, Roy Hense, 83, 16. Platz 4, Marcel Würzberg, 83, 30. Platz 3, meine Wenigkeit, 83, 94. Ende mit Zivilgerode. Platz 2, heißt Heilek. Aber Platz 2 hat heute die Chance, sich einen anderen Titel zu sichern. Platz 2, Sebastian Heilek, 84, 21. Und, wer fehlt? Ja, es fehlt der Tite-Verteidiger, derjenige, der die Kronen aufhat, der Schnittbester, auch im letzten Jahr gewesen zu sein. Benjamin Heilek, 86, 64. Für die, die es noch nicht wissen, gibt jeweils einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Platz 2, Sebastian Heilek, 83, 16. Weiter ging es mit der Pokalübergabe in Auswertung der Mannschaftsmeisterschaften, die ja denkbar knapp ausgingen. Sibirode konnte sich nur durch das Holzverhältnis gegen Anna-Rode im letzten Spiel durchsetzen. Als erste von den erwähnten besonderen Gästen an diesem Tag traten die Vorsitzende des Landessportbundes, Silke Reng-Lange, und der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes, Tobias Knoch, in Erscheinung. Sie nutzten nämlich zunächst die Gelegenheit, Olaf Kühnemund, Wolfram Heilig und Horst Karbon mit der goldenen Ehrenurkunde des Landessportbundes für ihr langjähriges Engagement für den Platzbahnkegelsport auszuzeichnen. Und auch die Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang, machte an diesem Tag ihre Aufwartung in Anna-Rode. Sie versuchte sich dann auch gleich mal beim Platzbahnkegeln und machte das gar nicht schlecht. Ebenso versuchte sich die Vorsitzende des Landessportbundes, Silke Reng-Lange, an der schweren Holzkugel. Und dritter im Bunde bei den Platzbahnkegeln-Aspiranten war der Landrat André Schröder, der ebenfalls vor Ort war. Natürlich gab es bei diesem Anlass noch ein zünftiges Gruppenfoto, bevor der Wettkampf in seine zweite Runde starten konnte. Hier begann, wie erwähnt, der Starter mit der niedrigsten Punktzahl, sodass sich die Spannung langsam aufbauen konnte. Erwähnenswert hier zum Beispiel der Anna-Röder Matthias Behrendt. Er verbesserte sich in der zweiten Runde nach 39 Holz im ersten und 44 im zweiten, also in der Gesamtsumme, auf 83 Holz. Das gleiche Ergebnis erzielte Ronny Wallis vom TSV Bendorf. Er hatte in der ersten Runde 38 Holz und im zweiten Durchgang 45 erzielt. Das reichte aber noch nicht für die ersten sechs Ränge. Das machten die nachfolgenden Starter unter sich aus. Lukas Herling hatte im ersten Durchgang 47 Holz erzielt, war damit schon mit Favorit, schaffte im zweiten Durchgang aber nur 39 in der Summe 86. Ebenso viel erzielte Roy Henze. Der Siebige Röder schaffte 40 und 46 Holz. Die beiden würden im Stechen ermitteln, wer fünfter und wer sechster würde. Der Siebige Röder Andreas Nedo konnte seine 46 Holz aus dem ersten Durchgang mit 44 weiteren fast bestätigen und legte 90 vor. Noch bessere Voraussetzungen mit 49 geworfenen Holz im ersten Durchgang hatte Pascal Oelzel. Er startet für Hergesdorf-Aalsdorf und erzielte im zweiten Durchgang 41 Holz. Leicht verschlechtert, trotzdem in der Summe 90 Holz. Und schließlich noch der Anna Röder Niklas Kühnemund. Bei ihm standen am Ende 46 und 44 Holz, also in der Summe auch 90. Damit gab es drei Punktgleiche, deren Ränge im Stechen ermittelt werden müssten. Aber dann der Auftritt des Sebastian Heilig. Der Anna Röder hatte den Landesmeistertitel buchstäblich in den eigenen Händen. Er hatte 50 Holz vorgelegt, dann nochmal 43. Das macht in der Summe 93, also den Landesmeistertitel. Hier nochmal die letzten Sekunden seines Wettkampfs. Damit war der Landesmeistertitel vergeben. Herzlichen Glückwunsch an Sebastian Heilig. Aber es ging jetzt noch ins Stechen, um die Platzierung festzulegen. Zunächst um Platz 5. Und hier konnte sich der Siebiger Röder Roy Henze gegen Lukas Herling aus Ziegelrode durchsetzen. Dann gab es ein Dreierstechen um die Plätze 2 bis 4 für alle Sportfreunde, die 90 Holz vorgelegt hatten. Hier blieb zuerst der Anna Röder, Niklas Kühnemund auf der Strecke. Er belegt damit Platz 4. Andreas Nedug, Siebiger Röder und Pascal Ötzel, Hergesdorf-Aalsdorf mussten noch zwei weitere Runden absolvieren, bevor klar war, dass Andreas Nedug den zweiten Platz belegt und der Hergesdorf-Aalsdörfer auf dem dritten Platz landen würde. Damit war der Wettkampf offiziell beendet und Falco Kühnemund konnte die Siegerehrung vornehmen. Im Stechen sich durchgesetzt, mit deutlich über 9 bei 3 Schuss, der Sportfreund Roy Henze aus Ziegelrode mit 86 Holz. Gut, Platz 4. Jeder hat Stechen mitbekommen. 90 Holz, aber im Stechen, leider gleich in der ersten Runde rausgefloren, mit 9, kann man schon mal beim Räumen, ne? Der Sportfreund Niklas Kühnemund. Ang Annelитесь, anteile Losen, seid ihr alle aller aller besten! Gut, Platz 3. Der Sportfreund Pascal Ötzel aus Hergesdorf. Platz 2, ich habe ihn noch von Stechen erzählt, am Ende hat er sich durchgesetzt, am zweiten Stechen, 16 Holz zu fei gebracht, kommt wieder grün aufs Tableau, der Sportfreund Andreas Nethuk aus Sibir Oder. Platz 1, letztes Jahr war er schon unter den ersten drei, heute hat er sich selbst das schwere Los hingelegt, mit 50 als letzter dran sein zu dürfen, müssen tun wir ja alle nicht, habe ich heute wieder gehört. Platz 2, die Nerven hat er behalten und am Ende verdient mit 93 Holz der Sportfreund Heilek Sebastian aus Anerode. Ohne Anerode wäre ja jetzt den Schluss, ohne Anerode wäre ja jetzt den Schluss.